Wir sollten zusammenbleiben, Tundra. Die Identität deines Bruders anzunehmen wird für Aufmerksamkeit sorgen, nicht nur Willkommene. Du hast recht, Smok. Aber Beyonds Identität anzunehmen ist der beste Weg, ihn zu ehren. Dann weiter, Sub-Zero. Wir sollten uns trennen. Die anderen Link-Kwai werden nicht weit sein, wenn unsere Abwesenheit bemerkt wird. Wenn sie uns nur mehr Details über den Tod deines Bruders gegeben hätten. Wir werden Shang Tsung finden. Er wird uns alles sagen, was er weiß. Wenn er Bi-Han getötet hat, wird er sterben. Sei still wie die Nacht. Und tödlich wie das Morgengrauen. Der Imperator war weise, mich hierher zu schicken. Die Link-Kwai sind ungebeten hier. Weise war dein Imperator vielleicht. Aber närrisch, sein Hausmädchen zu schicken, um sich bei den Link-Kwai einzumischen. Ich bin Kitana, Prinzessin der Außenwelt. Und mit scharfzüngigen Eindringlingen habe ich keine Gnade. Round 1. Fight! Und mit scharfzüngen Eindringlingen habe ich keine Gnade. Ich bin Kitana, die Kugel-Kwai-Kwai. Smoke Twins Round 2, Fight Round 1, Fight Round 2, Fight Round 2, Fight Round 1, Fight Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Schlaf gut, Prinzesse. Eine ganze Armee mit denen und niemand in Außenreich oder Erdenreich hätte eine Chance gegen dich. Gut gemacht. Du kannst den anderen schwarzen Drachen sagen, ich wäre an deinen Waren interessiert. Ich kümmere mich um ihn! Kostenlos! Ein toter Lin Kwai! Kommt sofort! Round one, fight! Wo ist er? Mann! Mann! Smoke wins. Round 2. Fight! Ja Ich würde mich mal mit deinem Partner unterhalten Sag mir, was du über Sub-Zeros Tod weißt Was? Trotz seines Versagens beim Turnier wette ich, dass er stärker war als du, Lin Kuei Seine Gestalt anzunehmen wird dir nicht seine Fähigkeiten geben, Formwandler Sehen wir mal, ob Rauch einfrieren kann Round 1, Fight! Round 2, Fight! Round 2, Fight! Round 3, Fight! Round 3, Fight! Round 3, Fight! Round 3, Fight! Round 4, 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 Fight! Stay down. Ja, ja, ja. Smoke gewinnt. Round 3, fight! Round 4, fight! Das war's für heute. Was warst du über Sub-Zero? Was? Du hast den Befehl verweigert, beim Lin Kui Tempel zu bleiben. Sektor? Du wirst mit uns zurückkehren, um deine Transformation zu beginnen. Du hast es wirklich getan. Du bist ein Cyborg. Wir sind die Lin Kui, stiller als die Nacht. Tödlicher als das Morgengrauen. Round 1, Fight! Was? 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 Ich habe beide Modusão! Rund 2 Fight 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 Das war's für heute. Geh! 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 Ich werde niemals aufgeben. Eine große Energie ist nahe. Ähm, Raiden? Sie dürfen ihn nicht kriegen! Ich werde niemals aufgeben. Haben Sie Sinn? Der Großmeister will aus jedem Linkway einen Cyborg machen. Mein Freund ist in Gefahr. Das Turnier. Ich habe das Gefühl, dass dein Freund dort sein wird. Der Großmutter Vielen Dank.